Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist KemonoWolf und heute spielen mir Minotaur Maze. Keine Ahnung worum es geht. Ehrlich, das kann ich euch versprechen. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Level Size. Äh. Ich weiß nicht. Nehmen wir einfach mal das Standardding. 10x10. Wir fangen einfach mal an. Uh. Ist meine Maus im Bild? Ne. Das gefällt mir nicht. Warum ist meine Maus im Bild? Kriegen wir die so unten in den Rand geschoben? Nein. Verdammt. Okay, einen Moment. So. Jetzt müsste die Maus für euch weg sein. Ansonsten tut es mir leid. Ähm. Okay. Suchen wir hier einfach nur einen Ausgang? Oder? Auf jeden Fall irgendwo muss hier so dieser Minotaur... Oh, war das Ding direkt hinter mir? Escape the Maze. Okay. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, fuck. Das Ding ist schnell. Oh. Lauf. Okay. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Ich drehen nicht. Aber ich drehen mich auch nicht um. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Nein. Oh. 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 wo ist der ausgang das ist direkt hinter mir sind wie sehr groß hier das ist böse für den ausgang finden wir laufen im kreis oder wie groß ist das denn jetzt scheißding wir laufen es hier her kann man sich nicht auch irgendwie verteidigen will nicht verteidigen nee ja ein riesiges gehörtes etwas naja ja mein riesiges gehörtes etwas ein bisschen neid ich bin hier schon nein nein ich hab ja was sagst du nun erlkoa was ist das denn es geht demnächst dann hört man doch neues labyrinth neues labyrinth bitte gewitter gewitter wollte mich doch nur mal erkundigen ob hier in dortmund irgendwo ein gewitter war kein gewitter auch mal ist es vorbei laufen wir jetzt hier einfach nur so zum vergnügen hier rum wir haben jetzt den ausgang gefunden naja das ist aber ein bisschen kurz oder das ging jetzt gerade ein bisschen schnell nee nee das ging jetzt so schnell können wir hier nochmal in das menü rein hallo wie da ist das menü so ok nochmal solo oder wollen wir gerade mal multiplayer probieren join the game wir machen jetzt einfach mal join the game join the game oh ich bin ein gast ich bin ein gast der user sei auch noch in one room join the room irgendwo ok ich bin jetzt im multiplayer spiel ja siehst du so wird das gemacht einfach mal in multiplayer gehen jetzt bin ich schon entkommen was das irgendwie ist mir das spiel zu einfach mir ist das spiel zu einfach hey hallo gäst hier sind alle nur gäste boah was sieht das so komisch aus das hat so einen komischen hut auf oh ich höre das ding naja also ich hab einfach so ich wollte gerade sagen ich hab so das gefühl als ob das nicht so unheimlich wäre das spiel im multiplayer aber naja aber naja so dem habe ich das gefühl dass diese karte hier extremst klein ist oder so 10x10 wie gerade eben das wäre auch wieder angemessen gewesen oder irre ich mich da irre ich mich da oh ich hasse eng wow oh guck mal da ist er verdammt aber das sah irgendwie knuffig aus so flauschig ja nee ich würde jetzt gerne mal den minotauren hier spielen das wäre viel lustiger ich möchte das mal machen und jetzt ist irgendwie hier so still geworden ich glaube ich muss das hier mit einer angenehmen musik unterlegen meint er nicht auch so so musik irgendwie ich glaube das ist ziemlich gut wenn jetzt so eine musik hier die ganze zeit läuft oder es unterstützt das so ein bisschen dieses feeling was ich hier oh Gott double shock töte ihn töte ihn töte ihn töte ihn töte ihn töte ihn da vorne läuft er mach ihn nieder ich dachte er wäre schneller ist mal angenehm jetzt mal zu sehen wie der andere ja okay verdammt achso der eine ist entkommen ich hätte das gerne mal gesehen ich würde schon wieder doof oder so nee ich bin entkommen wie langweilig ist das denn wenn der rektor ausgang hier so um der ecke ist nee aber es ist halt zufällig generiert oder wenn er jetzt nicht die ganze zeit entkommen würde oh das ist aber ui da hallo du da der hat ketten und so nee so ein kleiner sm minotaur ja okay nein oder hat er sich von den fesseln gelöst und muss nun in diesen labyrinth wandeln okay ich würde sagen ein wenig kann man noch machen weil wir die minotauren hier so toll finden ich bin entkommen bin entkommen hui ich nenne dich Olaf du bist Olaf der Minotaure Olaf erfolgt uns aber naja hallo Olaf ich bin jetzt eher auf der suche nach dem minotauren hier Olaf nein geweh hallo ich suche dich ja jetzt bist du der gejagte nein da läuft er ich laufe jetzt einfach mal hierher ha nja so durchs labyrinth ok er ist schon wieder entkommen das gibt es doch nicht man oh man nee ist nicht so ich verfolge den jetzt nee warte mal wir müssen uns trennen wir müssen uns trennen verdammt na gut so toll Rammstein auch ist ah was ist das denn hier ich stehe ein bisschen neben mir nee weg da so läufst du denn ganz nicht gegen die Wand so aber Rammstein in diesem Let's Play ist eher unangebracht wow wow hei 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 puh ok eine Runde machen wir noch und ja wir suchen den Ausgang da die wir müssten mal größere Karten nehmen oder meinen wir dich nicht auch das war eine ultra gigantische Karte nee da ist der jetzt schon her laufen wir jetzt mal hier her einfach weil wir es können so und da und da und da so ok ich glaube der verfolgt gerade den anderen Spieler kann das sein ich glaube wir sind in Sicherheit der könnte hinter jeder Ecke lauern er ist entkommen ok naja so wieder ins Menü ja das war's ein wir haben es sogar mehrmals durchgespielt jetzt ok ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich halt auch beim nächsten Mal wieder mit ein dann bis dann tüdelü wieso fährst du denn weg Tami wir brauchen dich doch weil ich die anderen flankieren will und den Atrieri muss ich ausschalten ok Max schieb den René vor den Feind Marker, ich schieß dich ab. Ich schieß, ehrlich, oh ne Scheiße, ich schieß dich ab.